Soll ich mir einen Ultra-HD-Fernseher kaufen? Und was ist das überhaupt, Ultra-HD? Und sind 4K, UHD und Ultra-HD dasselbe? Worauf muss ich achten? Wir erklären es euch. Hallo, wir sind Karin und Stefan von der Deutschen TV-Plattform. Und du siehst dir dieses Video hier wahrscheinlich gerade in Full-HD an. Das sind 1920x1080 Pixel, also knapp 2,1 Millionen Bildpunkte. Du kannst es dir aber auch in Ultra-HD mit deiner Auflösung von 3840x2160 Pixeln anschauen. Das sind 8,3 Millionen Bildpunkte, viermal mehr als bei Full-HD. Und deswegen siehst du mit Ultra-HD Fernsehsendungen, Filme und Serien viel schärfer und mit viel mehr Bilddetails. Außerdem wirkt das Bild viel ruhiger und es flimmert auch nicht mehr. Wenn du dir also einen neuen Fernseher kaufen willst, dann nimm am besten gleich ein Ultra-HD-Gerät. Die gibt es ab 40 Zoll. So richtig Spaß machen die aber ab einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll oder größer. Du brauchst dir keine Gedanken machen, wenn du dir einen größeren Fernseher kaufen willst. Denn bei einem Ultra-HD-Fernseher musst du nicht weiter weg sitzen, sondern kannst sogar näher ran. Warum ist das so? Weil die Pixel bei Ultra-HD viel kleiner sind als bei HD. Ist ja klar, auf derselben Bildschirmfläche befinden sich jetzt viermal mehr Bildpunkte. 8,3 statt 2,1 Millionen. Und deswegen können wir bei Ultra-HD-Fernsehern näher vor dem Bildschirm sitzen. Ohne, dass wir die einzelnen Pixel erkennen. Das würde ja stören. Für den Sitzabstand kannst du dich an einer ganz einfachen Faustregel orientieren. Bei HD beträgt der Abstand das zweieinhalbfache der Bildschirmdiagonale. Bei Ultra-HD aber nur das anderthalbfache. Bei einem 55 Zoll-Fernseher wäre das bei HD ein Sitzabstand von 3,50 Meter und bei Ultra-HD von 2,10 Meter. Am Ende hängt das natürlich auch von den Inhalten ab, die du schaust und deiner Wohnsituation. Aber keine Angst vor großen Fernsehern. Und du musst dir übrigens auch keinen Kopf machen, ob du auf dem Fernseher oder dem Karton Ultra-HD, UHD oder 4K steht. UHD ist einfach nur eine andere Schreibweise. 4K ist eigentlich ein Begriff aus dem Kino. Da ist die Auflösung sogar noch etwas höher. Aber wenn 4K auf der Verpackung oder dem Fernseher steht, dann ist auch Ultra-HD drin. Ja und was gibt es jetzt eigentlich zu sehen in Ultra-HD? Also neben den Streaming-Angeboten oder Filmen auf Ultra-HD Blu-Ray, gibt es jetzt auch immer mehr Fernsehsender, die in Ultra-HD ausstrahlen. Live-Fußball, Live-Shows, Serien, Filme, alles was das Fernseherz begehrt. Und vieles davon wird sogar in HDR gesendet. Und warum das wichtig ist, das erklären wir euch in einem anderen Video. Das wir hier oben rechts verlinkt haben. Eine Übersicht zu allen verfügbaren Ultra-HD-Inhalten findest du übrigens auf unserer Webseite, uhdr.de. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben bei YouTube freuen. Und wenn ihr noch Fragen zu Ultra-HD habt, dann schreibt uns einfach in den Kommentaren. Viel Spaß mit Ultra-HD! Musik Bis zum nächsten Mal.